Flieg und mach nicht so Faxen. Ja ja. Warm Up Round. Hallo. Du hast den Warm Up Round. Was? Hast du das auch gesagt, oder? Ja, ich hab's aufgestanden. Ich hab gesagt Warm Up Round. Nix Warm Up, wir gewinnen jetzt gleich. Du musst auch unter uns irgendwie gleich fahren. Alle. Ja klar, wir haben... Jetzt werden die Fliegen weiter hinter links. Ich bin da hinten schon an dem Gebäude... Ne, ne, die fliegen zu uns direkt. Ernsthaft? Was, Wunderbra? Du meinst, äh, pushen bis sie umfallen? Der Kapp in der Wunde... Meins. Hast du gerade gerippt, Digga? Ich ripp dich, Mann. Gesamtherst Morde am Boden. Michi, was hast du gerade gemacht? Im Bereich gescannt. Ich hab den Scan am Laufen. Über uns, über uns. Ruhe. Geh mal hoch, wir müssen ihm helfen, sonst stirbt er. Der hat nix mehr, der Typ. Gehen direkt zu uns. Beide Schilde kaputt von denen. Die sind oben in einem Haus drin. Ja, wir kommen. Ja, wir kommen. Ich warte, warum fällt sich der Penner da nicht hoch? Ja, wir auch nicht. Obli! Geh hoch, für Main. Regel. Geh hoch, wir müssen rausgehen. Außen Platz. Ja, Alter, wie du rippst! Das ist ein anderes Team, das ist ein anderes Team. Ich hab keine Muni. Alter, down. Hat jemand leichte Muni über? Nee. Nee, nee, nee. Ich hab nämlich genau null Schuss, ich muss zurück ein Stück. Nein, der ist tot deiner. Da ist noch einer gewesen an der, hinten an der Stelle. Hier hinten. Na gut. Na, ich komm mal vor, ihr habt ja bestimmt Muni für mich bei denen übrig gelassen. Sehr gut, so gefällt mir das, so hab ich mir das vorgestellt. Wir hatten ja gar nichts gehabt. Wir hatten ja gar nichts gehabt. Wenn der Rovka der Reparigno dabei war. Oh ja, wenn du nicht endest, beenden ich's halt. Du wirst ja nie fertig, ne? 16 Sekunden her, also nicht so lang. Die sind wahrscheinlich hier nach rechts. Ja, haben die den Drop geholt. Ich bin genockt, aber der Rest ist auch genockt. Wohl nicht? Ja, der ist da hinten, hinter dem Felsen. 2 Stück sind genockt gerade. Und einer closed. Du stellst dich vor mich, Digga! Einer finished. Der ist hier unten hinter dem Scheiß. Der hat nix mehr. Gerne! Das ist nicht dein fucking Ernst, Digga! Voll gerne! Junge, du hast ihn überhaupt nicht getroffen! Alex, ich hab seine Mates komplett weggemacht. Wie komplett? Ja, ja. Ich hab den einen gefinished. Ja, 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 ja. Jeder hat einen Kill gemacht, außer der Mike, oder? Ja, ja. Ich hab einen Kill gemacht. Ja, siehste, da hat jeder einen Kill gemacht. Kannst du jetzt mal auf hier rumzuweinen, ey. Ja, ja. Ohne, ohne meine Unterstützung hättest du gar nichts getroffen. Ja? Weil du keine Muni gehabt hättest. Ja, ja. Der hat ja gar nichts mehr gehabt. Weil du keine Muni gehabt hättest, du Lasse. Geh weg jetzt von der Box. Jetzt schieß ich dich. Ja, klar. Nix jetzt. Ich kann nicht, Vater. Ich bin gerade dabei, Apex Champion zu werden. Scam mal den Bereich. Wir sind hier außerhalb. Ja, ja. Kämpft noch gut. Die sind ganz am Rand. Lass hier aufs Haus gehen und fighten. Ja, und wo waren die anderen, mit denen sie fightet haben? Ja, da drüben alle. Der war nur ausgenockt. Der war nur ausgenockt. Der war nur ausgenockt, okay. Der ist in den Goldchen. 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 Der darf nicht zu viel ballern. Der ist in den Haus drin. Hier der eine. Ja, ich hab den. Ja, ich hab den. Da hinten im Haus. Da hinten im Haus ist auch noch einer. Hinterm Haus. Der läuft raus. Ich hab nicht mehr viele Snipermonie. Sind immer noch zwei Teams. Rechts läuft einer da. Ja, ja. Ich pass eher auf hier. Auf den hier. Passt ihr auf den außen aus. Auf den rechten. Sohne kommt. Rechts werden wir umlaufen. Rechts werden wir umlaufen. Ja komm zurück. Michi komm du auch zurück. Weil der versucht jetzt hier in die Zone rein zu ziehen. Den müssen wir aufhalten. Viel kaputt. Komm zurück. Der muss von der Zone jetzt sterben. Der dürfte eigentlich keine Chance haben. Letzter Squad. Ja dann hat es den gerade rasiert. Geht in die Zone. Wir sterben wenn wir Glück haben. Der ist durch den Bunker gelaufen glaube ich. Ganz sicher? Der kommt hier ja nicht. Das sind auf jeden Fall nicht mehr drei. Kann ich mir nicht vorstellen. Vorrasieren. Vorgehen. Dann rasieren eigentlich. Da wird einer geholt. Schiff, 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 Schiff. Jaja da sind zwei Leute. Die rausgehen? Ja. Direkt das Schiff abhauen. Komm. Muss heilen? Die wurden, da wurden zwei geholt. Gelbes Schild der Typ. Ja aber wir müssen ja jetzt trotzdem. Einer ist genockt hier. Einer ist genockt. Kannst du finischen? Ne ne ich muss mich heilen. Der ist da unten am Felsen. Der wird auch untergehst. Hier um die Kante. Ja. Links. Ist da? Ja sehr gut. Wollen wir einfach hier rechts rum gehen? Der andere ist hier hinter. Ja ja. Ja wir gehen rechts rum. Ich find's nur Position von dem Clown hier. Reicht er. Der rutscht wieder zurück. Der ist open field. Jaja. Haben wir gesehen? Der hat nur ne weiße Rüstung. Die Frage ist mit der anderen Tuch. Im Haus. Lass doch pushen. Dein Schild. Dein Schild. Ja ich halt. Ich hab beide getroffen. Dann wollen die jetzt komplett unterteilen hier spielen oder was? Wir müssen da ja irgendwie hin jetzt ne? Ist ein Tunnel gebaut bei morgen? Nein. Wollen wir hin? Der ist hier hinter dem LKW gewesen. Rechts rum ist gut. Rechts rum ist gut. Keine Ahnung. Wir sind in den Häusern. Da geht die Tür die ganze Zeit auf. Da geht die Tür die ganze Zeit auf. Die Nähten. Warte. Das ist wieder beim Main. Die müssen rauskommen. Wer war ne? Der eine ist draußen. Ja aber sie müssen komplett aus der... Hinten ist der hinten. Down. Mhm. Der andere ist da hinten. Jawoll. Das ist geil. Warm-up. 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 Das geht wieder richtig gut rein hier ey. Legaleeahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahleahle